Haben wir einen Plan? Okay, wir haben alles an... Wir haben alles an... Ach nee, wir müssen die Anmeldung haben, hat er gesagt. 3, 2, 1. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Perfect Heist 2. Heute mit Bram, Jay und mir auf der Räuberseite und Sepp und Peter als Cops. Die Map ist sehr groß und wir haben alles. Okay, das ist eine große Map, Sebastian. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie was... Weiß ich nicht. Ein bisschen was absperrt oder überwachen kann. Also unten kann man doch dazu machen. Reinforcer. Ich mache Reinforcer und mache unten direkt die Walltür zu. Ja, das ist eine gute Idee. Also nicht die Walltür, sondern da, wo die es sprengen können. Ja, an der Seite, damit man da nicht rein kann, ja. Das klingt doch smart. Also ich würde auf jeden Fall... Ich würde auf jeden Fall, dass irgendwer Wände kaputt machen kann. Da würde ich mich für breit erklären. Weil nicht nur die Walls kommst du damit rein in die Türen, sondern es gibt auch eine Wand, die man kaputt sprengen kann. Und dann direkt im Wallt ist. Okay. Das größte Problem ist... Haben wir zwei Leute nicht sprengen können? Ja, das größte Problem ist aber meistens die Exit-Strategien, das Geld rauszukriegen. Habe ich das Gefühl. Da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das machen. Also wie kriegen wir die Kohle ins Auto geschafft? Oder zumindest aus der Bank raus, ohne dass wir abgeknallt werden? Mit einem Tag. Mit einem Tag. Da sehe ich einen Tag. Ja, da sind wir einen Tag. Zwei Leute, die bombardieren. In der Lobby sind auch mehrere Rechner. Da sind sogar teilweise zwei oder drei nebeneinander. Diese AT... Achso, zum Hacken. Ja. Spawns the Sheriff's Deputy for each rubber she kills. Eigentlich ganz gut, oder? Mehr Leute? Müssen wir rubber killen. Du oder du musst rubber killen. Ja, Bram... Also Bram entdecke ich ja wohl immer. Also das ist nicht so schwer. Echt? Achso, ja. Peter und ich, wir rocken das hier heute. Gegen die anderen Dudes. Wir machen das. Ja. Ich probiere das mal. So, Maske. In Ultimative, das Pferd... Die Wien-Bank. Äh, kann man auch Laptops hacken? Ja, ich glaube schon. Dann gehe ich mal Richtung Pizzaladen. Dann habe ich auch Laptops. Ich... War es nicht. War schon mal eine kleine Explosion von mir. Achso. Versuch mal vom Dach aus direkt... ...zuzes Spadden. Oh ja, die haben schon links was... Oh mein Gott, ich wäre fast an Fallschadeninsten gestorben. Äh, einer ist Sheriff. Ja, hier draußen ist auch schon jemand. So, haben wir schon ein kleines Feuernchen? Ja, Vorsicht. In der Lobby kommt gerade die... ...Sheriff-Frau... Ja, die kommt gerade hier hoch. Hier draußen ist noch ein Gebäude. Jetzt mal kann hier Feuern anmachen. Ja, klar. Mach doch. Oh, die haben schon Feuer gemacht. Warte mal, das war Mr. Fantastic da oben in Rot, glaube ich. Ich habe eben ausgemacht. Befolge ihn. Geh mal in den technischen Office. Hier ist er erstmal chillig. Easy peasy. Technischen Office. Mach ich wieder zu. Wer es findet, darf es behalten. Hier ist der andere. Der andere ist der SWAT-Guy. Nee, nicht SWAT-Guy. Äh, Bombenentschärfer sieht er aus. Tot. Sepp kam genau da, als ich geschossen habe. In die Wand verstärkt, die ich eben noch gezeigt habe. Die Schweinchen. Ja, einer ist im Pizza-Café. Ja, und ist, glaube ich, auch Mr. Fantastic. Ja, Jay direkt erkannt. Nice. Und du hast ihn gekillt. Irgendwann ist ja auch explodiert, möchte ich direkt mal sagen. Mann, was ein unlucky Shit. Okay, ich gehe jetzt versuchen zu hacken. Da ist eine Kamera in der Wand. Kann ich vernünftig hacken. In der Pizza. Ja. Hier unten ist auf jeden Fall einer. Da hat was geschossen bei dir drin. Ja. Oh, der ist hinten im Office hat der Feuer-Alarm gemacht. Das war doch der hier gerade, der Motherfucker. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Einer ist hier unten bei mir. Sehr guter Hack. Versuche gerade, den Rest zu finden. Einer ist bei mir. Ich mache mal Feuer. Dann müssen sie eigentlich mal auch getreuern. Okay, Peter, habe ich abgeknallt. Oh nein, die hacken. Der hat bei mir gehackt, ja. Die hacken Vault-Türen. Ich glaube, der ist hier bei mir. Hast du mich wieder angeguckt? Hab Christian erwischt. Nice. War das der Hacker? Äh, nee, der hat Feuer gemacht die ganze Zeit. Weil ich die Einzige war beim Feuer. Wo bin ich hier gespawnt? Oh. In 16 Sekunden mache ich den, äh, war das nicht Vault 1 zumindest auf? Bleib mal hier bei meinem, äh, bei meinem Hackhang. Bleib mal bei den Computern, damit die da im Zweifel nicht mehr hacken. Naja, ich bleib hier gerade. Die sollen sich mal ein bisschen denken, woher wir die Knete haben hier. Hör mal schon mal 5. 5.000 besser als Nix. Was denn? Hinter mir? Nein! Ich bin so bad heute. Was war das für ein Rorsch? What the fuck? Ich glaube, ich habe Bram hier vor mir. Okay. Ich habe Jay. Die passen gar nicht auf. What the fuck? Hä, was ist denn da los? Oh mein Gott. Der war, Peter war hier. Oh. Alter, das kann nicht sein. Die Unlucky. Oh, wie dumm. Konnte man das? Ja, sorry. Ja, macht nix. Alles gut. Was ist jetzt? Ich möchte es mal ficken lassen. Ja, Vorsicht, Bram. Ich mache hier. Soll ich in der Lobby mal Feuer machen oder würde dich das stören? Nee, gar nicht. Ich bin gerade noch dabei, die Zeit zu nutzen, einfach alle Türen erstmal und alle Wände aufzumachen. Da ist einer gerade die Treppe hochgegangen bei dir, Bram. Geradeaus. Die haben Feuer irgendwo gelegt. Ach, hier. Oh ja, unten die Walltür ist gesprengt. Ja. Ich weiß aber nicht, wer es war. Moment, hier sind nicht so viele Leute. Hier ist ein Typ drin. Ja, dann würde ich sagen, ist der da. Ja, das ist aber schon ein bisschen her, ehrlicherweise. Ach so, nee, dann nicht. Okay, mir kam doch jetzt gerade ein anderer Typ entgegen. Wolltest du hier gerade was hacken, Junge? Das ist bad, Alter. Das ist der Schelle. Ja, hier. Jo, den kill ich jetzt einfach sofort. Vorsichtig. Irgendeiner von euch Mothor's Lizard. Ich fick euch. In der Lobby ist der Wandverstärker und ich glaube, einer steht hier. Aber wenn die sprengen... Okay, der wartet nicht. Okay. Wir haben irgendwas unten noch gesprengt. Deine Wand? Ich renne wieder hin. Ich weiß es nicht. Der hat Schaden bekommen. Ja, glaube ich auch. Er rennt gerade zum Valizei-Ding. Ja, hier ist einer. Gerade in die Türe rein. Nee, meine Wand nicht. Aber der Vault ist offen, oder? Der Vault ist offen unten. Ist hier wieder rausgekommen. Was haben die denn noch gesprengt? Ich weiß nicht, was die noch gesprengt haben. Na, vielleicht unten noch irgendeine Wand oder so. Vault-Cop-Easy ist einfach ultra verbuggt. Was ist los mit dir? Achso. Ah, das war ich ja unten am Wald. Das warst du, ne? Oh mein Gott, der ist einfach vor mir in den Tresor gelaufen? Der ist hinter dir runtergesprungen, Bram. Hinter dir da in diesem Ding. Da war der andere auch. Hinter dem Fenster. Mit Maske? Oh mein Gott. Das war dann, glaube ich, sehr ungünstiges Timing. Ich weiß nicht, wo das Feuer ist. Dammit, das ist, glaube ich, über uns. Das ist fast egal. Es lebt halt nur noch Bram, ne? Vor dem zweiten Vault. Also vor dem offenen Vault. Dammit. Der hatte nur auf Peter geachtet. Der kommt rein. Der tötet nicht mehr die Leute. Nee, nee. Der ist ja auch geschützt. Und der ist auch geschützt. Hab's gefunden? Das ist ja... Oh mein Gott. War das unten? Ich bin explodiert. Ich muss mich kurz heilen gehen. Ich glaube, er wollte mich killen. Dann ist er hier der... Einer von den, ähm, Duus. Okay, so ein bisschen... In der Lobby ist einer von denen gewesen. Ja. Vielleicht müsst ihr mir den oberen Vault nehmen. Ich glaube, ich habe ihn. Nee, doch nicht. Das war vorne, ne? Vorne am Eingang war das, die Schüsse. Oder oben? Weiß ich nicht. So. Drei Minuten noch. Sag gerade kurz aus, als wäre der gerannt. Aber der Botkopp hat den markiert, oder was? Warte mal. Ist er oben gesprengt? Nee. Okay, er ist irgendwo drin noch, auf jeden Fall. Hä, was war denn da... Was wurde denn dann vorne markiert? Eine Bomb... Äh, ne Bag. Eine Bomb-Bag. Wahrscheinlich die, mit der der gespawnt... Die gespawnt sind. Keine Ahnung. Okay. Gehst du hoch? Ich gehe runter? Ich bin da. Ja, über ihm, oder? Ja. Ja, aufentspannt hier alles. Wollen wir, der ist irgendwo rausgerangen, die Türen. Hinten, oder? Okay, ich war Tür. Okay, über mir. Das war Erdgeschoss, wo gerade eine Kamera abgeschossen wurde. Ja, ist Botkopp easy. Der muss schon mal weg. Er hat gerade auf dich geschossen. Okay. Wo war das? Oh, das war unten. Ach, das... War das unten? Hat er den Botkopp getötet? Äh, Glas kaputt gemacht. Weißt du, was du gedacht hast? Entschuldigung. Achso. Wenn man dich schießen kann. Hat dir Schaden gemacht. Ja, ich habe mir selber Schaden gemacht. Äh, rechts steht neben mir im Fest. Da steht... Und wenn du jetzt schubsen könntest, wäre eigentlich 10 von 10. Das wäre 10 von 10. Du warst nicht die Tür, ne? Ja, ich bin die Tür. Oder du springst in die Luft. Ja, ich muss aber nur 5 Sekunden warten. Da musst du aber auch schießen direkt. Das ist Sepp, glaube ich. Noch gleichzeitig. Versuch rauszufinden, welche wo falsch läuft. Äh, spreng den einfach weg. Reicht nicht. Findest du? Wo ist die Bomb back gespottet? Ich sehe das nicht. Da. Okay, die Bomb back ist... Ja, aber das ist egal. Das ist halt da am Auto, ne? Stimmt, das ist ja nicht Money back. Hier liegt eine Money back. Aber das war Christian, glaube ich, den du gekillt hast. Darfst du dir nur nicht... Wenn das Sepp ist, darfst du dir nicht zu sehr angucken. Der fickt dich gleich. Guck dir nicht hinter... Ja, der steht dir wieder im Fenster. Da ist auch eine Money back. Holy shit. Ist das Bram? Warte mal. Ja, Bram stand direkt hinter mir. Er hat mich angeguckt. Das war schon suspicious hier, wie er mich angeguckt hat, der Bram. Okay. Oh nein. Der fickt dich so hart. Der wird dich erpacken. Oh. Ja. Ich wollte die ganze Zeit... Ich wollte die ganze Zeit die Ladung an dir befestigen. Das ging aber nicht. Das hast du so krass gesehen. An dich dran pappen. Geil, ey. Weiß, das habe ich dir... Als mich da drei Leute so nah angeguckt haben, war ich dann so ein bisschen sass. Ich möchte gerne einen, der öffnet, einen, der Geek ist und einen, der den Krypto spielt. Verteilen. Oder statt dem Krypto können wir auch spielen mit dem... Der Krypto ist doch gut. Der Glasschneider. Der das leise schneidet. Nicht der Indischer, sondern der andere. Ja, aber da will ich so viele wählen, oder? Doch, da waren ein paar. Ja. Zwei größere Dinge gibt es. Ja, dann mache ich den Agenten. Was ist der Agent? Ja, damit der Glasschneider um... Also hier... Äh, ja. Also nur damit du... Du willst die Position der Kops wissen, oder? Naja, du... Nee, du musst halt die 8000 ATMs Gelddinger holen. Ah, okay. Also, alles richtig. Ganz unten bei der Bar gibt es auch welche. Und ich mache die... Ja, bei Haupteingang, die habe ich gesehen. Ich mache die Walls auf. Und bei der Bar auch. Okay, dann gehe ich Haupteingang. Okay, das hat ja schon mal gut funktioniert. Alter, was war denn da los? Wir haben ja wirklich immer zu unmöglichsten Zeiten erwischt. Ich mache FED-Jagent. Ich nutze die so gerne, aber ich finde die lustig. Und die funktioniert bei mir viel zu selten. Ich will die Moneybags nehmen und dann, dass die die... Dann... Äh... Farbe in ihr Gesicht bekommen. Mein Gott, da hat er ja auch lange für gebraucht, jetzt hier, um diese Aussage zu treffen. Barbed Reiner can place two barbed wires that deal damage to players proportional to their current speed. Das ist auch witzig, glaube ich. Da kann man den auch ganz schön mit auf den Sack gehen. Über the wires hin machen, ne? Können die aber kaputt schießen, glaube ich. Ach, das wissen die nicht mehr. Ich nehme den mal, komm. Und der kann vor allem, ähm, die Autos locken. Das ist irgendwie witzig. Da sind ganz viele... Oh, oh mein Gott. Ich warte kurz. Nein, Jay. Was soll ich sagen? Da ist einer. Lol, wo ist der andere? Seht ihr den... Nee, man sieht nur den nächsten. Stimmt, man sieht nur den nächsten. Hier unten sind auch ein paar ATMs. Also unten im Dingens... Ja, ich gehe mal unten in die Bau und fange da an, weil vielleicht ist der oben in der Lobby ein bisschen zu offen. Wir haben den FED-Agent. FED-Shot. Ich bin schon auf dem Weg zu deinen möglichen Glassachen. Ich habe leider diesmal nur eine Pistol. Ah, ich habe meinen MG... Ich habe einen gesehen, der ist oben zu den PCs gelaufen. Oben bei den PCs. Oben bei den PCs. Warte. Versuch ihn zu... Was war hier? Dammit. Wird der nach ganz oben? Ich glaube, er hat die Kamera zerstört. Abgeschossen. Totgeschossen. Wo habe ich einen Harten-Sass? Oder habe ich einen Harten-Sass auf dem? Oben hat einer Feuer gemacht. Steht hier. Guckt ihr an. Ja, ich weiß das. Guckt uns beide an. Ich bin geschossen worden gerade. Einfach so. Leute, was? Hier ist einer. Wie das denn? Ist er das? Er ist es. Such das Feuer. Ist das im Keller? Ich habe ihn. Ich habe Bram gefunden. Boah, Bram erkenne ich aber auch sofort immer. Wurdest du beschossen? Nein. Ich habe Bram getrüttet. Was ist das scheiß Feuer? Ist das oben oder unten? Ich habe das Feuer ausgemacht. Okay. Er hat mich einfach quer durch das Ding gekillt. Eine Maske angehabt oder so? Nein. Hier ist einer. Angst gemacht. Der nächste ist 22 Meter entfernt. Bin ich ja immer... Besser wollte es offen. Hier ist einer. Die Fat Legend hier unten nimmt Sachen mit. Oh, die nimmt halt Geld mit. Ja. Echt. Bei mir, bei mir, bei mir. Der mit dem Roten ist halt vielleicht da, der dir entgegenkommt, der da stehen geblieben ist mit dem grünen Pulli, einer von denen irgendwie. Okay, willst du den weiter beobachten? Ich habe nämlich gerade Geld dabei. Oder was machst du jetzt? Naja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ne, let's fuck. Let's fuck? Okay. Wo sind die bei den Juwelen? Interessant. Im Innocent. Ja, Mist. Wenn die da... Das waren 5000. Das ist jetzt nicht so viel. Oder beziehungsweise 8000. Hier bei mir. Geh mal 24k ab. Und drei ATMs. Beide waren bei mir unten. Ich habe schon 8000 gefunden. Nice. Ich glaube, ich habe gerade einen Schlag-Sound gehört. Hier in der Lobby. Ist nach draußen zu so einem Spawn gegangen. Ich logge mal hier den Van. Da liegt schon Geld. Den habe ich mal gelockt. Das klang schon wieder so nah. Wieso klingt das die ganze Zeit so nah? Ja, weil das eigentlich eine kleine Map ist. Aber... Oh, unten der Volt ist auf. Was? Hab ich mitbekommen? Ne, habe ich nicht mitbekommen. Ich kann ja auch cheaten. Fällt mir ein. Einer steht hier. Ich sehe nicht mehr. Warum könnte über dir sein? Ja. Ja, ist über dir bei den Juwelen. Da. Wo ist dieser Weg? Ja, da war auf jeden Fall wohl jemand. Und es gab doch hier auch noch unten irgendwo... Hier ist wer? Ja. Hier oben laufen keine Zivilisten rum. Das ist ein bisschen doof. Ich finde diese Wege hier nicht, ne? Wo bist du denn gerade, genau? Ich versuche gerade oben zu dem Volt zu öffnen. Oben Volt ist noch zu. Ich habe ein bisschen auf so eine Kiste geschossen. Achso. Ah, du hackst da gerade schön. Das sieht gut aus. Bum, bum, bum. Ja. Ja. Es laufen keine Zivilisten. Oben ist auch noch alles voll mit Glas, Glasbreak. Ja. Und du bist da. Okay. Alter. Scheiße. Geh mal raus. Was ist denn hier passiert? Ne? Ich habe da oben gerade jemand gesehen. Fuck, ich war unaufmerksam. Ich bin mir unsicher. Auf dem Auto, ne. Wait. Woher kam das Piepen gerade? Warst du das? Ne. Auf dem Auto, oben. Komm schon, wir müssen die Kohle hier wegschaffen. Da unten ist einer. Also hier unten, hier unten läuft die ganze Zeit einer rum an den, an den Juwelen und an dem Bolt unten. Aber das ist okay. Ich bin nochmal 12.000 weg. Aber alles aufgemacht schon an, an Sachen, die da sind. Da oben sind ganz viele, äh, Sachen. Kommt in der Hauptlobby. Ich habe Feuer gelegt oben. Löff dir jetzt gleich einer nach unten. Juwelen unten sind doch alle da. Oh, da ist einer in den Bolt reingegangen. Ja, dann. Oh, scheiße. Burn, burn, burn. Ich weiß nicht, wo das Feuer ist. Erste Kiste. Oh mein Gott. Tut mir leid. Du bist leider in der Kiste gewesen, Bram. Weißt du, wo das Feuer ist? Ne. Ich habe gerade den Camouflage in den Bolt gesetzt. Da kommt der da reingelaufen. Oh, shit. Hier, hier unten. Beide sind da. Beide. Ah, hier im Main Lobby. Habe ich. Das Feuer? Oben, oben auch Feuer. Ganz oben. Geh mal da die Treppe. Warte mal, ich gehe hoch. Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Okay. Wrong disguise? Da habe ich eine wrong disguise hier. Küche oder so. Die haben auch spezielle Klamotten. Hey, ich habe wrong disguise oben im Dingens. Da steht hier überall eine scheiß Kiste rum. Ich hasse euch. Oh mein Gott, ich bin rausgesprungen. Das war nicht gut. Oh, hier ist noch ein Van. Kann der Kralle dran machen? Das war unten in der Bolt, glaube ich. Also einer ist beim Jewelry da die ganze Zeit. Ich muss jetzt einmal hier aus dem Dings die Knete mitnehmen. Ja. Ich habe das mal hier hingeworfen. Geschmeidige 32.000. Kriege ich dich raus. Hier ist doch direkt das Auto. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ich bin gerade unten im Volt, weil da war eigentlich dieses Tüt, 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 Tüt. Aber ich gehe mal hoch. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich da jetzt schnell hinkomme. Ist ja fantastisch. Bist du einer? Was ist denn oben die Juwelen? Ganz oben? Äh, ja. So, ich gebe nochmal 32k ab. Hat mich. Oh Gott. Shit. Fuck. Oben im S-Wall ist es so schwer, ey. Ganz oben. Wo sind hier Juwelen? Hier, die Wolltür ist übrigens auch auf oben. Ganz oben. Oh mein Gott. Oh, nice. Hast du das? Ja. Also einer spielt Kiste. Nice. Liegen da oben. Der war oben. 26.000, sehe ich da richtig. Ja, der hat das Geld halt jetzt auch hinter dir, Bram. Ja, ich seh. Beide sind hier. Scheiße, jetzt hat er da unten mein Geld auch noch geholt. Das war lucky. Holy shit, war da lucky. War der gerade da drin, oder was? Ja. Ne, Juwelen sind noch alle da. Ich hab jetzt all das Geld von denen genommen. Holy shit. Alter, ist das viel Geld. Echt? 41.000 einfach dabei. Oh mein Gott. Ich will das irgendwo verstecken, aber ich weiß nur gerade nicht wo. Nimmst du mit? Müssen wir auch ein bisschen einen abfacken, indem wir snipen, ey. Oh Gott, Bram. Alter. Oh. Das ist kein echtes Geld, was da ist, leider. Doch. Das hier? Ne. Die 8.000 hat er mitgenommen schon. Und das ist markiert. Ah. Komm, ich gönne denen das, wenn die das finden. Wann piepen jetzt hier wieder? Ich glaube, unten ist Feuer. Wo? Unten. Irgendwo im Keller ist, glaube ich, Feuer. Fuck me. Wo können die damit hin? Mit dem Feuer? Mhm. Ey, wo ist das Feuer? Deswegen, also das Problem ist halt momentan echt, alles, was an Geld rumliegt, könnte markiert sein. Da kommen so noch ATMs hinter dir. Aber wir haben halt auch nur noch 1,26, ey. Wir müssen noch mehr als die Hälfte holen, das ist echt schwer. Ja. Ich bin confused. Frag mich so ruhig. Ich habe gerade kurz vorher gehört. Ja, das ist direkt hinter der Wand, aber ich verstehe das nicht. Ja, das war... Du bist markiert, Bram. Ja, ich weiß. Willst du eigentlich mich wechseln? Wechsel mal meine Klamotten. Die Klamotten gewechselt. Ja, jetzt bist du nicht mehr grün. Haben wir hier eine Kamera? Nee, oder? Doch. Scheiße. Schön warm. Ja. Du hast nicht so viel Leben, aber wir haben auch nur 10K sind das, ne? Ja, das sind nur 10K. Das ist belastend wenig. Fuck. Händ das Geld doch einfach und lege da ab. Oh gut. 21K. Oh, der ist so... Hinter dir... Oh, Leute. Er hat nicht gesehen, dass du Geld abgegeben hast. Also ich habe alle drei Wagen, die die zum Escapen haben, habe ich gelockt. Das ist ein bisschen funny. Dass die nicht schnell abhauen können, wenn die jetzt auf Overtime spielen. Nein. Einer ist auf dem Dach. Was? Einer war auf dem Dach. Den habe ich aber nicht gekillt bekommen. Das sind Donuts, die du fressen kannst. Am Tisch, Chris. Ja. Aber wie gesagt, die Zeit ist schwierig. Äh, ich habe noch das Cash Register gehackt. Also ich habe jetzt 89.000 da reingedonnert. Ram hat noch 22K. Oh nee, wir müssen Geld durch die Hand nehmen. Ja, durch den Stacheldraht gestorben. Durch den Stacheldraht gestorben. Oh nein. Nein, beim Vault ist ja auch keiner. Die müssen doch jetzt langsam mal hier so einen Banger machen. Ja, um 89.000. Ram ist mit meinem Wire gestorben. Oh mein Gott, der ist eben bei meinem Wire gestorben? Zwölf Sekunden noch. Und ja, hinter dir ist einer. Hinter dir ist einer. Ja, hier liegt irgendwo Geld. Nein. Siehst du? Ja, egal. Was willst du machen? Schade. Das ist schwer, ey. Oh mein Gott, ist das 10 von 10. Ist in meinem... Oh, ist das beautiful. ...in meinem Stacheldraht gestorben? Oh, ist das so beautiful. Oh, Brom, ey. Tut mir so leid. Uiuiui, ey. Keine Ahnung, ey. Best of, ey. Da war ich auch echt los. Ich dachte, der wäre kacke. Holy shit, Alter. Bist du an meinem Stacheldraht gestorben? Ja. Ja. Da ist auch noch gut Money in der Tasche sogar. Das ist richtig bitter gewesen. 22k, glaube ich, ne? Holy shit. Ja. Ja, ein Try gibt's noch. Ein Try gibt's noch, ja. Okay, die werden jetzt safe mit einem Feuerwehrmann ankommen. Mhm. Ich würde auch nicht nochmal machen können, was da gerade passiert ist. Okay. Aber Poison, sollte ich, glaube ich, einfach mehr Poison benutzen. Fand ich aber trotzdem ganz gut. Weil du kannst dir immer Shenanigans machen bei den ATMs und bei den Juwelen. Sollten wir die kaputt zerken? Armstealer? Das ist meistens ein Nachteil, wenn wir gegen die kämpfen. Das ist doch das, wo die ganzen Leute da sind, oder? Ja. Ach, das meinst du? Armstealer immer mit 3000. Ja, ja, Leute spawnen, ja. Du hast viele ATMs. Ein ATM reicht ja dann, um einmal zu rufen dann auch. Ja, genau. Äh, dann würde ich aber trotzdem versuchen, mit dem Tech zu hacken. Einer muss aufmachen. Ja, genau. Dann würde ich Krypton, um die abzufucken, oder? Um da darauf dann deren Auge zu legen, oder? Aber wenn wir Krypto und Untech haben, brauchen wir beide die PCs. Dann muss ich, dann nehme ich den Mechanic und mache das über die Barrels. Das klingt auch gut. Oh, da bist du einfach so ein krasser Bodyguard. Finde ich auch gut. Habe ich noch nie gespielt, probiere ich mal. Okay, wie heißt der Bodyguard einfach, oder was? Backup heißt der. Weiß nicht, was sein Logo ist. Ach, das mit dem Telefon, dieses Funk-Telefon. Telefon. Ich werde Firefighter. Die gehen mir so auf den Sack mit ihrem Feuer. Ja, das ist echt super nervig. Ich meine, wir werden super häufig Firefighter, aber das ist halt einfach the way to go, wenn die mal Feuer machen, die Victory. Ja. Also ich muss tote Cop-Leichen reporten. Also sag mir gerne, wo du stirbst. Wird erledigt. Falls du stirbst. Ja, klingt nach dem Plan. So, ich bin ready. Du hast direkt Geld verloren hier im Rahmen. 5000, kannst direkt einen rufen. Liegt hier direkt am Start. Bip, bip, bip. Ich gehöre zuerst dann. 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 Sepp hat schon Bot-Rober-Medium. Der arme Bot-Rober-Medium. Einfach so hingereichtet. Ist doch wohl ein Scherz. Ich sehe leider keinen Typen, womit ich mich mal verkleiden könnte. Er ist ja hart belassen. Aber vor der Tür steht einer. Hier ist ein Feuerwehrmann. Ach, sag ich doch. Keine Ahnung. Jo, da droppen schon. Die haben den Dude, der heute rufen kann. Oh nein. Nein. Ja. Damit schon einen. Einen habe ich schon. Bot-Rober-Medium. Sehr gut. Zapter-Killer. Let's go. Die müssen die draußen. Oh mein Gott. Ich wäre fast an Dummheit gestorben. An einem Grafik-Bug. Schade. An Dummheit oder Grafik-Bug? Grafik-Bug und Dummheit. Oh, ich habe mich noch gesaved. Kommt einer gerade runter? Ich habe da eine Kamera weggeschossen. So, ich gehe mal dann hacken, ne? Hier ist der Feuerwehrmann. Wie stehst du denn da? Diese NPCs. Nee, die Kamera ist noch hier. Nee, dann war doch nicht dieser. Na, auf der anderen Seite. Jetzt machen die kein Feuer, oder wat? Nee. Weil die wissen, du bist Feuerwehrmeister. Warte mal, wenn die den Feuerwehrmann haben, dann haben die doch gar nicht den Wandverstärker kaputt. Oh, hier ist ein... Hier läuft einer rum. Die haben mich predicted. Hier unten im Mittelgang ist die Kamera kaputt. Mittelgang? Ja, da. Unten. Unten, unten. Peter ist hier oben. Der andere ist hier unten bei mir. Läuft gerade nach oben. Da landen wieder Leute außen. Also, Peter ist hier oben. Irgendein Feuerwehrmann ist hier oben. Der Feuerwehrmann läuft da runter. Ich weiß nicht, wie komme ich denn da hin? Oh, hier unten nicht Geld. Okay. Ja, ich... Hm. Okay. Oh, ich ziehe Feuer! So gut, du kannst doch nicht vor meiner Nase das Geld klauen. Der ist vor meiner Nase weggerannt mit dem Geld. Er war bestimmt ein... Cop. Äh, hier, Quatsch. Ja, genau, Peter. Das war ein Cop. Fuck, wo ist er hin? Dann hinsch mal die Türen weiter, damit die... Immer, immer... Ich versuche hier gerade immer das Geld auch denen zu nehmen. Äh. ...hinzulegen. Damit quasi die Robber das doch holen, oder? Ja. Boah. Ja. Einer läuft hier rum. Der andere ist... ...gau wo geschossen, oder? Hat mich so geplayt. Och, Ausdauer ist doch Schmutz. Gewählen kaputt. Ist das oben oder unten? Ach, diese Kopp... Diese Bots, Alter. Ich sehe Feuer. Sie machen einfach extra überall, ähm... Kleinbeträge. Für die Bot-Robbers. Damit die das überall mitnehmen. Das ist richtig... ...richtig mies gerade. Da muss ich mal kurz heilen gehen. Die haben auch Kryptos. Scheiße, hier wird doch... Ich bin ja gerade richtig im Stress. Ich höre so viele Geräusche. Hier rennen immer so viele Leute. Und ich denke immer so, okay... Aber die Robbers, die nehmen ja hoffentlich die Knete. Deswegen nehme ich einfach immer mal ein bisschen... ...und schmeiße ihn am Boden. Ja, das mache ich auch. Bot-Robber-Medium rennt hier rum. Hier ist einer. Macht die... ...die Zeug aus. Noch eine Kamera weggemacht. Oh. Was? Arschloch, ey. Hat er richtig viele Kryptos hier installiert? Jetzt ficken die uns richtig. Ah! Was war das denn? Das war im Keller, glaube ich. Egal, ich renne hin. Weil du kannst hier die... Jetzt hat er mich... Jetzt hat er mich dabei... ...wo ich Geld auf den Boden geschmissen habe. Leider gesehen. Bot-Robber-Medium. Die sind aber auch wild, ey. Die sind wirklich wild, die Bots. Ah, ne, war Bram. Wow, dat is! Ja, super, Bot-Robber-Medium. Hast du dich vor meiner Nase umgezogen? Die sind voll schlau. Die haben unten die Walltür, glaube ich, aufgemacht. Wait, was habe ich denn vorher gesehen? Ja, unten wollte... Wieso haben die die noch aufgemacht? Die war doch schon auf. Da liegt doch Geld auf jeden Fall drin. Was ist denn der andere? Da ist einer. Gerade nach unten Richtung Bar. Der mit dem... Der Grüne. Nice. Andere läuft hier bei mir rum. Der Feuerwehrmann ist hier. Hast du das Fenster gerade kaputt gemacht? Ja, ja, ich habe das gerade kaputt gemacht. Okay, das war der. Mit der Schützung. Neben dir, ich dachte so, what the fuck. Entschuldigung. Der ist gerade in den Vault gelaufen. Oben kannst du auch den Vault aufmachen. Wo? Ganz oben. Bei dir? Ja, ich komme. Was? Wieso kann man den denn nicht so schnell zappen? Oh, fuck, Alter. Na ja, fuck. Äh. Belastend. Da gehst du einmal runter, ne? Und dann macht er einfach ein Crypto an wieder. Ah! Der wollte mich tasern. In dem Moment drehe ich mich rum. Steht der hinter mir mit dem Taser? Ach, das Geräusch habe ich gehört. Der hat auf mich versucht, schon mal zu tasern. Ah, was the way I like it. Zippen? Ja, ich wollte ihn tasern. Und wollte ihn dann abknallen eigentlich. Aber das hat nicht funktioniert. Da vorne ist einer. Ja. In der Lobby ist oben einer. Beide sind hier oben. Okay. Sind die anderen... Also ist nur der Vault unten bisher auf? Weißt du das? Ja, ich glaube schon. Ich gehe nochmal kurz zum oberen. Aber hier liegt auch super viel Geld in der Main-Lobby. Ja, oben ist es so. Einfach an den Automaten und die nehmen das nicht mit. Also wenn die doch so viele... Wir haben doch drei Dudes gerufen. Ja, keine Ahnung, wo die sind. Tür haben wir gehört. Ja, scheiße. Sind die jetzt auf der anderen Seite der Tür, wenn ich die aufmache? Beide sind hier unten. Das ist nicht gut. Ich bin tot. Bin dead. Okay, ich bin nicht dead. Okay, Freunde. Alle Vaults... Alle Vaults sind offen. Nice. Jetzt haben wir nochmal einen zusätzlichen Stress. Mach das technische Ding mal auf. Ich habe das Gefühl, dass das nicht deine Steps sind, die ich hier rennen höre gerade. Ich bin recht weit weg. Nice, Peter. Oh, die haben den Vault oben weggemacht. Kann das sein? Ja, ist möglich. Oh. Hotrober Medium war gerade auf dem Dach unterwegs. Alter, es ist überall. Ich muss mal nachladen. Christian ist vor mir einfach in den Vault gegangen. Okay. Sich verarschen. Ach, Sepp war oben am Vault. Oh, hier wird so viel gerannt. Ich bin raus. Jawohl, Peter. Nicht so viel Geld, Alter. Peter ist gekniftet worden. Nice. Ich habe nur noch Sepp. Alter, das ist aber auch frech, wenn du so aus der Decke runtergefallen kommst. Nein, diese Botkopf. Nein, der hat sich geplayt. Ja. Der hat mich geplayt. Dann war draußen, ist der rumgerannt. Und ich habe leider einen NPC dabei gehittet. Mann. Wo ist Sepp? Der war bei mir beim oberen Vault. Hotrober Medium steht auf dem Dach rum. Nein. Schade. Hotrober Medium bringt gerade 6.000 weg. Ja, ihr müsst eigentlich Geld aufnehmen und auf den Boden werfen für die Bots. Ich weiß nicht, wo Sepp ist. Ich traue mich jetzt nicht wegzugehen. Äh, ja, ich kann ja bei dir in Third Person ein bisschen gucken. Ich will mich, ich muss mich verkleiden. Naja. Alter, guck dir die Leiste oben an, wie viele wir schon gekült haben. Alter, wir sind einfach... Das ist ja insane gewesen. Da kann es sein, dass die jetzt unten Vault pushen, ne? Ja, unten Vault pushen. Ja, weil ich da ja so viel war unten am Vault. Da ist er, der ist gerade da runtergefallen. Weil? Das ist schlecht. Ja, der hat... Bram, Bram, lauft weiter. Hier oben ist noch einer. Scheiße, haltet. Ich will mich plane. Weiter, Bram. Ich muss nicht schnell heilen gehen. Ich habe 0% Leben. Schade. Das wird hart. Ja, der ist da unten. Ja, der steht da unten, Alter. Na, er muss alle Vaults überwachen. Wenn du noch Kameras siehst, kannst du die ausschalten. Hinter dir ist zum Beispiel eine. Die sind schon aus. Ich habe sie disabled. 0% Leben? Aus. Warte, ich bin insane. Wo liegst denn du? Stimmt, wo liege ich denn? Wenn du Haupteingang rausgehst, da liege ich. Ja, aber hinter dir guckt er wieder. Der hat die wieder repariert. Hinter dir ist es aktiv. Die hat gerade rot geleuchtet. Das heißt, Peter hat die Kameras durchgeschaltet. Die über dir. Lastend. Eigentlich gibt es keine Kamera mehr. Ich weiß. Also, nee, die sind ausgemacht. Im technischen Room wahrscheinlich. Okay, wenn du hier rauskommst, dann da links. Ich sehe dich. Hat der das? Ja. Was hast du jetzt da durchbekommen? Ah, jetzt haben wir auch Backup gekriegt. Nice. Eiden. Ja, ja. Pro, da du gefeuert wurdest. Oh, ich bin insane schnell. Jo, stimmt. Also, der ist in der Lobby. Der ist gerade in der Lobby rumgesprungen. Der läuft zum Start, ja. Du könntest nach oben gehen zum Vault. Ja. Du könntest, wenn du ansonsten oben bist, auf die Scheiben schießen, damit die Bot-Rober noch runterfallen. Welche Scheiben? Da, oben im Dach. Genau, wenn du auf der höchsten Etage bist, findest du noch, während die da draufstehen natürlich. Das ist schlecht. Ich glaube, er hat mich gesehen. Das glaube ich auch. Ah, vor der, vor der, links. Der linke von den beiden. Der da. Jetzt nach rechts gelaufen ist, genau. Das ist fantastisch. Der lila Krawatte. Alter, wenn du dich playen lässt, das ist insane. Ist der das? Bestimmt. Du musst jetzt einen anderen Typ finden. Ach, schade. Ach, das war gut. Okay. Nein. Ich ruf mal meinen Back-Up, falls er mich töten will. Ich beobachte den die ganze Zeit. Er weiß halt, wer ich bin. Keine Zeit. Der Bot-Rober-Medium draußen macht auch nichts Vernünftiges. Nee, die finden kein Geld, was rumliegt. Hängt jetzt wieder die Treppe hoch? Mein Bot-Cop kommt hier nicht hin. Er ist jetzt weg wieder? Oder nehmen die auch selber Sachen auf? Wieso rennen die da nicht in die Walls rein? Nein, die sind doch offen, Leute. Was soll das? Man nimmt sich die Bombe und explodiert irgendwas. Aber irgendwie scheint er auf der mit mich ganz so zu machen. Ja, doch. Ach nee, Jayes. Ich wollte gerade sagen, der Bot. Keine Munition mehr drauf. Das war so schwer. Hat halt noch zwei Sekunden, ne? Overtime. Alter, leck mich am Arsch, ey. Alter Vater, ey. Alter Vater. Alter, das war ja eine insane Runde, einfach nur. Das war Call of Duty. Boah, wie viele Gegner das waren. Ja, aber die Bots sind hier auf der Map irgendwie nicht umgelegt. Ja, die haben nichts gemacht. Also, die haben manchmal auch ein bisschen lost. Aber die hatten halt, alle Walls waren offen und die Bots haben sich gedacht, wow, ne. Die Wegfindung ist nicht so klar für die, ne? Ne, stimmt. Die haben eigentlich nicht so viel gemacht. Ja, das war mal wieder Perfect Heist 2. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Okay, ganz ehrlich, wir brauchen irgendwie maximales Chaos. Ja, wir brauchen Chaos. Wir brauchen hier Chaos und Poison. Weißt du was? Weißt du was? Also, wenn ich... Ich würde gerne den Sniper spielen und von außen die die ganze Zeit abknallen, weil die immer unten in die Lobby gucken von dem zweiten oder erst dritten Stock aus. Ja, macht das aus, okay. Ich nehme mal den Mechanic, um die Walls aufzumachen. Dann nehme ich den Demo, um die Walls aufzumachen. Und... Ja, oder nehmen wir den Poison Gas. Soll ich den Poison nehmen? Ich kann, okay, dann kann man den Demo einfach... Oder ich nehme den zum Aufnahmen machen. Mir ist das egal. Mir auch. Dann nehme ich den Demo und mache als allererstes Prio die Walltüren auf. Und ich halte... Ich versuche die da irgendwie die ganze Zeit wegzuficken. Ich nehme nochmal den Genitor. Der kann Türen zuschließen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Braucht dann aber einen Recyc... Einen Lock. Ich muss Bomb-Puggies. Clean-Up-Barrels. Printers. Dead NPCs. Und Broken Cop Gadgets. Okay. Alter, Marie Curie ist ja voll geil. Wieso habe ich die denn noch nie gespielt? Meinst du, die dieses Ding aufbauen kann? Ja, die kann Radioaktivität auf Geld und Juwelen sowas machen. Und dann kann die das scannen. Und dann siehst du quasi, wer mit Radioaktivität mal in Zusammenhang hatte. Ich werde das machen. So, rein. Also ATMs gibt es eine ganze Menge, aber... Wenn die jetzt einen Insider haben, sind wir im Sack. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. I'm in. Und das hier unten? Da ist mir gerade entgegengekommen. In der Lobby ist auf jeden Fall schon eine Leiche. Ja, das ist gut. Die nehme ich schon mal auf. Da wird wieder irgendwie... Oh, hier geht es noch ab direkt. Unten war das im Vault. Da war einer. Ja, da ist so schnell durchgelaufen. Oh Gott. Ah, da ist so eine Gift-Gradarte. Die habe ich mir ein bisschen zu lange angeguckt. Aber alles easy. Die kannst du auch abknallen, ne? Ja, ja, war ich zu langsam für. Willst du dir mal Feuer da anmachen? Wenn da einer irgendwie ist, in der Lobby. Ich habe Feuer an. Ja, so in der Lobby, weil da kann ich die abschießen. Ich habe Feuer an. Und hier wurde Feuer gemacht. Ich werde halt gerade ein bisschen hier reingelegt. Ich komme mal mit zu dir, weil unten scheint wohl mehr als einer zu sein. Aus. Ja, aber dann... Ist irgendeine Frau, die rennt? Ach so, du willst die killen beim Feuer ausmachen. Ja, Marie Curie rennt hier unten. Beide sind hier unten. Ich sehe die leider nicht. Beide sind hier unten bei mir. Die sind im Keller eher. Und die haben hier Wasser hingemacht. Die haben den Hausmeister. Der eine... Die sind in unterschiedliche Richtungen. Oh Mann, ey. Und ist oben der Vault? Ja, ist ganz oben. Macht Juwelen unten kaputt. Äh, unten? Unten beim Vault, meinst du? Ja. Da steht es ja noch. Digga, mach doch jetzt nicht den. Ja, die sind kaputt. Ich weiß nur nicht, wer das war. Warst du das? Und ist ja direkt raus. Irgendwer hat den abgeknallt, den Dude. Oh, du Scheiß. Nee, ein Sniper? What the fuck? Wieso knallen die einfach Unschuldige ab? Hier sind doch voll wenige Türen, die ich abschließen kann. Das war voll... Oben der Vault ist auf jeden Fall offen. Das ist schon mal unangenehm. Das ist offen. Welche Vaults sind dann auf? Die ficken uns richtig. Ich hab hier gar keine Türen. Geh halt was, du doch, oder? Jay, er hat dich gesnipet. Sag ich doch. Wo ist der denn auf dem Dach? Genau da. Da war einer. Scheiße, ey. Ich mach hier Feuer. Pass auf. Siehst du hier? Ja, seh ich. Bin voll drauf. Da kommt einer. Und bitte nochmal. Einfach die ganze Zeit das Feuer da unten machen. Okay. Oben an der Fensterscheibe steht einer. Feuer, Gift. Ja, sehr auffassend. Ja, ich schieße. Ja, ist an. Ist an, ist an. Ist down. Ich geh mal weg. Woanders hin. Feuer brennt wieder an der gleichen Stille. Wird jetzt ausgemacht. Ja, ja, aber ich geh einmal woanders hin. Oh, ich bin ja. Die jagen mich, glaube ich, jetzt. Sehen. Jay hat mich gekillt. Okay, Jay geht auf Kill. Wow. Das ist aber auch schwierig, den da zu treffen, ey. Wo ist er denn? Ähm, ganz vorne am Haupteingang, oben auf dem Dach, hinter so einem Stück. Kannst du das Feuer da anmachen? Wie das? Ja, Marie ist gerade da. Wo ist die denn? Dann schieße ich auf die. Gucken wir doch mal. Die stand gerade hier. Wo ist die denn hin? Ich mache das gleiche Feuer nochmal. Welches willst du da machen? Ah. Gleiche nochmal. Was ist das das gleiche? Ich bin da in einer Position. Den selben Song nochmal. Was geht hier ab? Bei dir schießen, Leute, oder? Nee, das war über mir. Du bist auch im Keller. Hä? Ja, ich dachte, das wäre bei dir gewesen. Aber man wollte mir vielleicht den Rücken schießen. Wie sieht das aus bei euch so geldtechnisch? Wollt ihr da schon irgendwie was holen? Ich wollte gerade und dann kamen die oben. Da ist ein Status-Update. Da ist er. Hier liegen halt so ein paar Akkuen. Fuck ey, der hat sich hinter die Säule gestellt, die dumme Sau. Das habe ich gesehen, Junge. Der hat Geld gedroppt vor mir. Hätte er sich einfach so hingestellt mit dem Geld zur Wand, hätte ich es nicht erkannt. Okay, hier liegt das Geld aus dem Wald. Und nicht zufällig. Kiste, nee. Wo liegt das Geld? Ah, nee, der Wald ist noch voll, aber der hat irgendwo anders das Geld hergenommen. Oh, oh. Hätte nicht stehen bleiben sollen. Das ist jetzt mies gelaufen. Weiß nicht, wo er Geld her hatte, aber du heilst dich gerade. Oh, hier liegt auch Geld. Aber eigentlich eine ganz gute Waffe. Ich gehe sofort mal auf dem Dach und versuche den zu killen. An den PCs liegt auch noch Geld. Und den habe ich ja auch offen. Mal ein bisschen auf das Geld auch achten. Ich gehe mal rein. Irgendwo ist wieder was explodiert. Hier wird die ganze Zeit irgendwas gemacht. Bram, hast du gerade irgendwas getan? Ich mache mal über die Feuer. Ja, ich mache mal über die Feuer. Ja, ja, ich weiß, da sind die ganze Zeit irgendwelche Leute. Müssen auch jetzt safe da versteckt drin sein teilweise, oder? Oh, Feuer. Doppelfeuer brennt. Einmal da an der gleichen Stelle wie immer und einmal oben drin. Ich weiß nicht, woher ist der Sniper? Oder ist er hier ganz oben? Das wäre natürlich auch witzig. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee. Marie ist hier. Ist ja überhaupt Marie. Ja, passt. Da kommt jetzt zu deinem Lieblings... Nee, läuft im Kreis. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Und ist weggelaufen. Ich habe ja gar nicht... Ich bin ja gar nicht... Ich war ja gar nicht... Wirklich. Ich war nicht immer auf dem Dach. Ich war halt in der Lobby. Ich habe irgendwie nicht getroffen, warum auch immer. Belastend. Ja, da in der Lobby versuchen die dich abzuschießen, wenn du dich da hinstellst. Hier ist richtig viel Feuer. Oh, ich werde beschossen. Ja, genau. Aber von wo? Ich versuche ein Feuer zu machen und ich weiß es nicht. Ich glaube mitten in der Lobby. Meinst du? I don't know. Oh mein Gott. Versuche mir mal zu heilen. Oh. 36. Ah, Feuer. Hier ist einer bei mir. Der Janitor. Scheiße. Okay, da liegen jetzt 50.000 oder so. Boah, das ist ja alles ganz schön stressig, Alter. Ich gehe nochmal unten in Volt gucken. Das Geld hier oben ist auf jeden Fall weg. Volt unten. Oh mein Gott. Hast du ihn ertappt? Ja, aber der ist in den leeren Volt reingegangen. Warum? Vielleicht hat er da noch... Wollte er sich nochmal verstrengen? Vielleicht hat er noch Geld vergessen gehabt, da er da noch holen wollte. Ja, ich sehe... Wo denn? 21 sehe ich hier. Unten, ja. Und 42. 42 und 21, die liegen nebeneinander. Relativ nebeneinander. Bei den Juwelen ungefähr, Jay. Ja. Ich kann halt die Juwelen auch nicht nehmen, weil hier die ganze Zeit einer durchrennt. Also, oberer Volt ist noch voll. Ja, unten liegen super viele Geldsäckchen oben. Oh, oh. Mein Spiel ist abgestürzt. Nein! Nein! Du musst das machen! Warum? Oh Mann, perfekt heiß! Lass mich doch nicht im Stich! Das ist doch ja logisch, weil der Volt hier offen ist. Warte mal. Ich hab doch... Die... Hallo? Hallo? Geht nicht mehr. Ja. Ja, ich wollte sagen, der Genitär läuft bei mir auf der Stelle. Server ist da, oder? Echt? Ja. Oh, nein! Server ist da. Ja. Server ist da. Ach, ich dachte, das geht dann noch weiter. Ja. So, das geht dann noch weiter.